Die Arena wird steigert. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Duelle abgeschlossen. Macht euch bereit für das Finale. Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Das Finale beginnt in 3, 2, 1, los! In 400 Metern links abbiegen. Router wird neu berechnet. Im Kreisverkehr die zweite Auswahlbeamme. Untertitelung des ZDF, 2020